Das ist wie viele es auch waren. Ja, das Creeper-Geräusch kann ich nicht nachmachen. Nee. Ja, kann man hier cutten? Nee, das geht nicht. Nee, der Mapper-Standler ist nicht so inkompetent. Ach komm! Dann tu dir das. So, jetzt bin ich gleich wieder bei meinem Sprung, bei dem ich jetzt schon zwei hintereinander gefällt hab. So. Bist du hinter mir? Ja, ne? Hm, noch. Den hab ich erst noch. Den hab ich noch nicht geschafft, da wo du jetzt bist. Scheiße! Den hab ich zweimal schon geschafft, aber den danach nicht. Okay. Hast du es geschafft? Ja. Bist du durch? Nee. Geht noch ein bisschen. Boah! Ja, genau. Wegen dem Leck. Äh, leck mich doch. Ach, puh! So. Die Mapper war so geil, ey. Ja. Nach einem Einzelsprung geht's. Einzelsprung? Zu der Leiter? Nein. Ach so. Danach der. Weil ich immer mit Doppelsprung drüber gesprungen bin. So. So, geschafft! So. Sehr gut. Ich noch nicht. Ich auch. Echt? Jo. Stage 19. Okay. Kein Kopf über der Decke. Nein. Kopf über der Decke heißt klar. Kein Kopf über der Decke. Letter on this side. Ja, genau. Do, do, dis. Do, do, dis. Don't do, dis. I'm a squeal. Oh, ich hatte solche Eckspring hier um die Ecke. Nein, hab ich ja grad nicht geschafft. Sagt wohl der Name, dass die um die Ecke gehen. Also, die Easy Challenge war viel zu easy. Und die Medium Challenge ist viel zu schwer. Ja, zu schwer für Medium. Ich möchte nicht wissen, wie wir nachher bei Hard aussehen werden. Oh Mann. Wir werden schon sagen. Wir werden ein Tobi sein. Muss ich denn jetzt hin? Wir werden den Tobi machen. Ja. Ragequid und so. Ja. Scheiße, warum spritte ich nicht? Tobi ist unser Sepp. Ja. Oh, puh. Immer am rumhacken. Aber im Grunde genommen haben wir einen Dieb. Genau bei unseren Türken. Da regt sich immer voll auf, wenn wir zu ihm Kagan sagen. Ja, Kagan. I'm a Kagan. I'm a Kagan. I'm a Kagan. I'm a Turk. I'm a Turk. Geil. Der kommt ja noch aus Bayern, die Türke aus Bayern. Ja f*** dich! F*** euch! Leute! Ach ja, der f*** euch! Wo muss denn jetzt hin? Ja, ich hab keine Ahnung, den hab ich grad verkackt. Achso! Ne, war ich auf der Leitisch? Hä? Nein, oder? Man muss doch jetzt nicht hier sprinten und dann so rum, oder Michi? Doch. Wieder eine Sprung beim Petsmete Adventure. Ja, genau! Hä, warum muss man hier hin? Jetzt ist sehr leid, das ist ja klar, aber... Da hoch, weil der mich ja arschen... Ne, will er nicht. Alter, wie lang die Challenge doch ist! Naja. Ein kleiner Fehler. Der andere war nicht so lang. Was denn? Loll! Hm. Von, ich schaff's erstmal rummaulen. Ja gut, das ist die letzte Challenge von der Stage, ne? Achso. Bist du runtergefallen? Oh ne! Gucken wir mal, was hier von Sprung kommt. Ein langer? Um die Ecke, da so links, rechts. Im Ernst? Ja. Wie soll ich den machen? Oh. F***! Auf. Achso. Jetzt da runter, schätz' ich mal. Okay. Gucken, ob Outer City alles aufnimmt. Jo. Hm. ich versuche nicht abzukürzen und jetzt fällst du bei der normalen mann ich schaffe den nicht wurde so die maus so dingsen muss weiß nein wegen dem leck immer ja als ich war so weit das stimmt wohl jetzt bin ich jetzt ziemlich hinten alleine das ist richtig ich hab den soll schon wieder da hinten ich bin nicht angeschafft ich gehe auch mit der tastatur dann noch nach links wie meinst du es ja ich drücke vor und links also w und a nee w und d und und die maus noch wie hast du den sprung zog ich da nicht fehlt naja geht ja schnell machst du nix man bis zu der einen stelle komme ich eigentlich relativ easy mittlerweile aber da ist echt doch jetzt habe ich mein links geöffnet ich glaube jetzt meinte nein nein ich schlagen nicht 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 wieder geleckt das soll medium sein oder was für toby sie wäre das hölle bist du jetzt schon wieder gemacht noch nicht wenn ich springe das ist ein bisschen nubig ich nicht ich habe den sprung ist auch nicht geschafft mein gott der drückst du schon schiff die welt gerettet auch komm schon er hat recht ich habe den sprung jetzt auch nicht mehr ich hab dir noch nicht einmal geschafft jetzt werde ich schon beim ersten sprung nicht mehr hin oder das ist so frustrierend glaube ich mir geht es noch weil ich schon weiter war kommen noch schwere sprünge ja sehr schwere naja hier bei den zwei säulen ich schaffe die diesen einen fix sprung nicht parallel gesprung alles klar oh man so schlecht gerade schafft man nicht schon von hier ich glaube nicht nur ich mach grad den sap im mw2 lol warum raid anfall ach man irgendwie cutten geht nicht ne ich glaube nicht von hier aus auf jeden fall nicht auf jeden fall ... Nein! Nein! Mann! Scheiße, Guru. Scheiß, fliegen immer hier. Ja, die grotzen voll an. Bei mir ist zum Glück keine mehr. Bei mir jetzt auch nicht mehr. Kannst du denn die Fliegenpimmelsuppe machen? Fliegenpimmelsuppe! Okay. Geil. Geil. Und du probierst? Der griff liegenpimmelsuppe. Ach ja, Bram. Piz mit ist schon geil. Kann man jetzt keine Zitate hören hier? Schon den rechtmäßigen Besitzern zusprechen. Endlich mal wieder ein bisschen weiter gekommen, äh. Arschloch. Und sprich der gegen die Wand, ey. Okay. Geleckt. Aber ja, ist gut. Komisch, dass ich dir mal der... ...Piz-Meet-Adventure-Mip geschafft hab. Hm. Na komm, Leck, wo bleibst du? Du stehst jetzt ernsthaft auf dem Block rum und wartest auf den Leck? Ja. Er kommt nicht. Mit einem Sprung kommt er. Okay. Okay. Das ist nicht machbar. Okay. 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 Wart bist du? Letcher Sprung. Ja. Challenge geschafft? Ja. Ja. Ja, komm. Ich mach noch fünf Versuche und dann geb ich auf. Okay. Also nachdem hier mach ich nur fünf. Erstmal nicht schreiben können. Fuck. Fehlte mich viel. Fünf Versuche noch. Vier Versuche noch. Drei Versuche noch. Ah, jetzt kommt der Leck. Zwei Versuche noch. Jetzt schaff ich schon nicht mal den Anfang. Nee, 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 nee. Puh. Ich hasse diesen Sprung. Ich schaff ihn nicht. Ich schaff ihn nicht. Letzter Versuch. Ja, das war's. Ist er denn hier noch gekommen? Ah, hier, hier hin. Da, da. Ist dann nur ein Block.